Hier laufen die Schafe neben der Straße. Das ist Archimedes, der Kleine, hat bei Ostwind mitgespielt und ist das Cementer-Pferd. Es hat zwar keinen Namen, das Cementer-Pferd, aber er hat beim Rennen mitgemacht. Er war auf der Hacienda mit ihr und beim Zäune bauen und an der Quelle natürlich auch. Archimedes war Cementer-Pferd und zwischenzeitlich hatten wir ein Double, das ist Lucky. Das war ein kleiner Quarter, der sah von der Farbe genauso aus. Und Archimedes ist ein kleiner Lusitano-Hengst. Das war ein kleiner Lusitano-Hengst. Der ist ein kleiner Lusitano-Hengst. Das war ein kleiner Lusitano-Hengst. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.